Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 14569 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sollten den Text noch einmal genau analysieren, bevor wir die Broschüre in Druck geben. Wir sollten den Text noch einmal genau analysieren, bevor wir die Broschüre in Druck geben. An einem weißen Raumteiler hängt ein seidenes Nachthemd. An einem weißen Raumteiler hängt ein seidenes Nachthemd. Ich arbeite gerne in diesem Unternehmen, weil ich hier viele Möglichkeiten habe, mein Wissen anzuwenden. Ich arbeite gerne in diesem Unternehmen, weil ich hier viele Möglichkeiten habe, mein Wissen anzuwenden. Ich arbeite gerne in diesem Unternehmen, weil ich hier viele Möglichkeiten habe, mein Wissen anzuwenden. Sie bevorzugt anspruchsvolle Filme, die zum Nachdenken anregen. Sie bevorzugt anspruchsvolle Filme, die zum Nachdenken anregen. Betont, dass sie Filme mag, die inhaltlich tiefgründig und intellektuell fordernd sind. Vor allem bei Kindern zaubert der Regenbogen ein Lächeln ins Gesicht. Vor allem bei Kindern zaubert der Regenbogen ein Lächeln ins Gesicht. Es ist wissenswert, dass die ältesten lebenden Bäume, die Bristlecone Pines, über 5000 Jahre alt sind. Es ist wissenswert, dass die ältesten lebenden Bäume, die Bristlecone Pines, über 5000 Jahre alt sind. Diese Tatsache ist bemerkenswert und zeigt die Langlebigkeit einiger Baumarten. In der deutschen Sprache gibt es viele Wörter mit tiefer Bedeutung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.